Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, Zeiten wie diese zeigen uns, dass wir eine intakte und gut funktionierende Stadtregierung brauchen, damit das öffentliche Leben gut und sicher gestaltet werden kann und wir in Augsburg gut und sicher zusammenleben können. Deswegen möchte ich Sie heute auch ausdrücklich bitten, gerade in dieser Zeit auch zum Wählen zu gehen. Es gibt keine Risiken, die begründet werden durch das Wählen. Wir haben als Stadt Augsburg sämtliche Wahllokale in ihrer Ausstattung und von den Betriebsabläufen so ausgestattet und ausgestaltet, dass keine Infektionsrisiken begründet werden. Also darf ich Sie bitten, machen Sie von Ihrer Möglichkeit Gebrauch, unsere Stadt Augsburg leistungsfähig und entscheidungsfähig zu halten und gehen Sie am Sonntag zum Wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017